Pembroke Hospital, wir müssen da durch, nehmen wir geradeaus, gut. Da durch. Ich werde diese Vampiraffen, die stecken jetzt hinter jeder Ecke. Wir scheißen jetzt mal auf die, Whitechapel, das ist gut, wir hätten auch hier direkt nach links gekonnt. Genau. Hier hoch. Ich glaube hier lang, ne? Genau. Ach ja. Ja, okay. Das war's für heute. Yummy yummy Ja, alter Schweinehund Die machen aber auch einen Schaden, die Hunde, ey Peter Schwede So, war der geradeaus? Oh, das ist ein Blut Oh, das ist ein Blut Huh 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 Ups Ops falsche Gerade die falsche Taste gedrückt Auch gut Den Finally 2,9 Ach, die hat allerdings 2,9 schienen sehr gut wir müssen in die richtung ja 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 das war so gut das haben die andere waffe wieder ein komische tasten heute ganz ganz komische tasten so dann müssen wir jetzt gleich da sein ich muss über das swansea reden ja 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 요 ve ja 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 diese fahrstuhl wusste gar nicht dass hier ein fahrstuhl ist und das schwert wird dich richten oh das sieht aus wie ein endkampf oder so eine sache wird mich gerade interessieren hier haben wir alles ok Es sagt viel über wie viel er glaubt ihr euch. Was hast du gemacht, Edgar? Keine Angst. Wir haben nicht zu töten. Selbst wenn du dein Freund schützt ein wenig für ein wenig. Was sagst du? Wir wissen alles. Swanzee und du haben diese blöde Epidemie gemacht. Du hast einen anderen Verlangen gemacht, wie William Marshall. Nein! Ich versuche es zu machen. Ich versuche es, wie du bist. Du bist ein Tragen, nicht wahr? Wo ist das Monster? Es ist noch in England, nicht wahr? Ich habe keine Ahnung, was du sprachst. Jeffrey, bitte hör auf mich. Keine Tricks. Das blöde wird nicht mit mir funktionieren. Wir haben in der Theater gefunden. Doris Fletcher war dein erstes Experiment. Jetzt wo ist Marshall? Sprach! Hehehehe. So viel für die Technologie moderne. Time für die Tried-and-true. Do you know, was das ist, Beast? Das ist ein Blut von King Arthur. Das Blut von einem wirkliche Defender von Britannien. Das ist nicht wahr. Wir verlieren Zeit zu weinen. Es ist nur Zeit. Wahrscheinlich nicht. Aber nicht öffne deine Kopf, bevor du dein Vater verletzt hast. Wo bist du? Was hat er? Was für'n Dreckshund. Und wenn du so wunderschön bist, warum die einfachen Licht verhörst du so gut? Ich würde dich schrauben! Komm schon, Reed. Try something else. er ist schon wieder so ein hund um raus aus deiner sonne du feiger hund das ist so was sind das für kämpfe alter und nicht das video noch mal komm raus aus der scheiße nicht kleiner verschissener versager ja wie doch daraus verlieren wir in der sonne auch noch ausdauer oder was sind das hat die damals schon uv-lampen jetzt mal im ernst macht er die dachluken mechanisch auf mit einer fernbedienung war das in der zeit schon so wie macht er da oben die dachluken auf das verstehe ich nicht ich muss mal ich muss mir in den raum da angucken können wir das sehen ja 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 dann haben wir auch eine schrotflinte die könnte ganz gut sein die schrotflinte gerade gesagt wir sollten wie ein mann kämpfen hatte gerade ein erstes gesagt wir sollen wie ein mann kämpfen das war schon wieder mit den schüssen er für ein dreckiger heuchler er sagt wir sollen kämpfen wie ein mann das war ja was der für eine pfeife okay ich glaube das war es mit schusswaffen das war es jetzt glaube ich tatsächlich mehr haben wir nicht dann jetzt noch die wieder und hoffen und hoffen hmm ui 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 gleich haben wir ihn Enhf Jauh und O Ui Idiot, Mann! Boah, was ist das für ein behinderter Vampir, ey. Und er soll der Stärkste sein. So kurz, bevor wir ihn besiegt haben, ey. Boah, ich hoffe, wir haben unsere ganze Munition wieder. Alter, sonst rast ich aus. Alter, das kann nicht wahr sein, ey. Geht der Controller auch noch aus. Ich verstehe gerade nicht, warum da keine Waffe drin ist. Warum ist denn hier keine Waffe drin? Was? Hä, das sind doch gar nicht die Waffen, die wir da drin haben. Hä, was soll das denn? Ups, das war falsch. Ne, das ist richtig. Hä, das verstehe ich nicht. Haupthand. Zweite Hand. Das ist ja mal die andere Seite, ne? Warte mal. Ne, das war auch hier der. Und hier ist es der. Hier haben wir das. Und hier hatten wir immer die Waffe. So war das. Alter. Ja, seine. Nein, nein. Show some style. Fight at the man. Fight at the man. That poisonous bite is useless. the blood of a true defender of this land will protect me Brewin prevails! Oh, 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 oh. Ja, was war das denn, was war das denn jetzt, warum schlagen wir denn daneben. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und wenn du so wenigstens bist... Wir sind die Gäste der Justiz. Priewin wird überwachsen. Du kannst nicht den Fakt, dass wir nicht Feindler sind, kannst du? Wir haben immer immer und werden immer immer immer. Von all den Fehlern, die Menschen gefährden. Dein Kind ist der Schlimmste. Ich habe nicht gesagt, dass wir Freunde sein können, du und ich. Aber vielleicht können wir zusammenarbeiten, um ein Ende zu dieser Epidemie. Kein Fall! Wir sind Priewin. Wir haben nicht Behandlung. Wir haben nicht Behandlung. Wir haben nicht Behandlung. Es gibt keine Chance, dass du mich immer verletzt hast, McCollum. Du hast immer mich verletzt, nicht wahr? Es gibt keine Chance, Leech. Geh mich jetzt! Denn es gibt keine Chance, dass du mich mit deinen Ideen verletzt hast. Das ist, wo du verletzt hast. Was meinst du? Wollen wir verschonen oder verwandeln? Du opferst dabei 1.000 EP. Ihn zu das machen, was er hasst. Leute, helft mir! Hat einer eine Idee? Wollen wir verschonen oder verwandeln? Ich wäre für verschonen, um mir zu zeigen, dass wir kein Monster sind. Irgendwelche Stimmen? EPs könnten wir nämlich, ehrlich gesagt, besser gebrauchen. Also anders besser gebrauchen. Ich mach mir das erstmal wieder sichtbar. Keine Stimmen? Keiner was? Okay, dann verschonen wir ihn. Oh! Ich werde dir das, McCollum. Ich werde dir das, die mir nie gegeben haben. Was ist diese Ruse? Das ist kein Ruse, McCollum. Das ist mir, die dir zu lassen. Nachher, du und ich beide versuchen, zu retten, diese Schmerzen zu retten. In unserer eigenen Weise. Oh! Ich werde dich töten, Ried. Die nächste Zeit, wenn wir uns treffen, werde ich dich enden. Siehst du? Wir haben bereits ein Prozess. Du hast mich mit meinem Namen genannt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Hunter. Das ist tatsächlich ein Fortschritt. Aber trotzdem, wo ist unser Kumpel? Wo ist Swansea? Wo ist der? Wo ist der? Kommt jetzt noch ein Video? Wo ist Edgar? Edgar Swansea, my friend. Pembroke Hospital. Sehr gut. Rette Edgar Swansea. Die Frage ist, wo ist Eddie? Wo ist Eddie? Boris Fletchers Theater. Oh nö, ich will da nicht hin. Der Ort ist komisch. Wir müssen dafür da rüber. Wir müssen dafür da rüber. Berühstién machen wir. Der Ort wird damit lerne. Der Ort ist ein Fehler. Der Ort ist ein Fehler. Der Ort ist ein Fehler. er haut erstmals nichts kein thema oh oh er ist tot eigentlich wollte ich ihn gar nicht töten irgendwie war gerade die kampfmusik weg leute das ist aber prevent greift uns immer noch an Sheffield so wo ist denn das ane ob hier ist richtig er wusste das kampfgeräusch hier fehlt ein bisschen was finde ich hier sind wir noch falsch hier hier das war es mit ihr kollege nicht mit mir sehr ferne angreifen da fast wieder ein boss ich gehe nur kurz hier rein keine sorge hier